Ich nehme mir vor, nicht vor 17, 30, 18 Uhr wieder zu Hause zu sein. Offiziell habe ich ja ziemlich weite Wege, gerade im Außenwienst. Da kam es früher oft vor, dass ich erst nach neun nach Hause kam. Nach neun! Du bist im Außenwienst, immer unterwegs! Obwohl ich mir das gar nicht leisten kann, finanziell. Und wenn ich was reinkaufe, dann muss ich es auch hinterher wieder zurückgeben. Aber wenn das rauskommt... Ich habe den Dings getroffen! Oh, oh! Und ich habe bloß einen Joker! Ja, Schatzen, ich wollte es gerne sagen, aber es ist eine Überraschung für dich. Und jemand schädert dein Ego. Schatz, wo war dein Tag? Oh, danke, ja. Geht so. Und deiner? Ja, doch.